Unser Wasser. Von Natur aus ein Mix mit vielen Inhaltsstoffen. Einer davon, Arsen. Ein lebensbedrohliches Element, auch im deutschen Grundwasser. Andreas Kappler und sein Team sind dem Gift auf der Spur. Das Tückische an Arsen ist, man riecht es nicht, man schmeckt es nicht, aber es kann tödlich sein. Bangladesch. Hier sorgt Arsen für die größte Massenvergiftung der Menschheitsgeschichte. Der Tod kommt aus den Brunnen. Über 20 Millionen Betroffene, Hunderttausende Schwerkranke, Zehntausende Tote jährlich. Gibt es für diese Menschen Hilfe? Eigentlich lecker. Reisprodukte aus Asien. In Deutschland beliebt. Aber auch ... gesund? Ökotest empfiehlt vor allen Dingen Eltern, ihren Kindern keine Reiswaffeln zu geben. Verbraucher und auch Eltern haben überhaupt keine Chance zu erkennen, wie viel Arsen ist in einem Produkt drin. Arsen. Eine unsichtbare Gefahr. Auch bei uns. Ein Wettbewerb. Und ein Wettbewerb. Eine unsichtliche Gefahr.